Ah, kurze Pause, um was zu trinken, muss auch mal sein. Um nachzugießen und gleich nochmal was zu trinken. Der Projektmodus läuft und die Welt ist einfach nur genial. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Zid ist. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch völlig egal. Hier, Creeper, Creeper, komm, Creeper, Creeper, komm, wo ist Creeper, Creeper, Creeper? Vielleicht stimmt hier irgendwo noch nicht, oder? Leute, jetzt fliegt das Ding um mich rum. Protection 2, hier steht ein Sturmmagnet, mir egal. Ist mir egal. Blöcke, 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 Blöcke. Der Quatsch kommt mal kurz hier rüber, bis ich weiß, wohin ich den wertvollen Krempel hinhaue. Okay. Das Ganze wird, brauche ich mir jetzt sicher halt. Später. Tag. Oder nur noch in freien Platz hier, wenn du traurigst. Würde man es richtig verstehen. Das nutzen wir jetzt gleich mal zum Verfeuern. Aber genau. Nee, das ist so doch nicht. Können wir die verfeuern? Nee, kann man nicht. Okay. Ich habe noch einen Ofen. Den setzen wir jetzt hier mal irgendwo hin. Problem gelöst. Jetzt wissen wir, wofür wir die ganzen Holzschafeln brauchen. Und der Weile weiter sortieren. Und zwar, das Gemälde kommt eigentlich dann da irgendwo ins Haus rein, würde ich sagen. Ja, bitte. Das dauert mir jetzt lange. So. Rüber damit. Und rüber damit. Und das kommt dann die andere Drohe rein, glaube ich. Der Kopf kommt auch da rein, irgendwie. Das war hier irgendwo, genau. Das brauche ich jetzt nicht. Das war alles nicht wirklich. Der Kopf kann mit hier rüber. Zack. Jawohl, ja. Ne, komm her. Ne. Ich will ein großes. Muss ich jetzt wieder vorspulen, oder? Extra-Tag dafür, endlich. Ich will ein großes. Großes. Nein, ich will ein großes. Ich will immer noch ein großes. Achso, ihr macht das wohl nicht. Okay, so geht's auch. So, aber nicht. Weder noch. Nein. Na gut, das geht. Etwas beklemmend, aber es geht. 1, 2, 3, 4. Jawohl. So, wieder ein Problem weniger. Sortieren. Futter. Brauche ich gerade eins, das ist schön. Das wollte ich jetzt auch nicht, sondern das hier. Mal jetzt. Wurde zu, bevor es hier noch nicht macht. Du siehst schon. Kein einziges Monster. Das ist nicht schön. Ich habe ein ganzes unterirdisches Gewölbe unter mir. Was für ein erstaunlicher Zufall. So, naja jetzt. Was habe ich denn für den Helm? Den ja. Dann kann der erstmal hier irgendwo bleiben. Das kommt jetzt nicht mit. Das braucht auch kein Mensch doch zum Dingsterkappplotten. Zum Monster kaputt machen reicht das gerade so noch. Das kommt sofort wieder ins Haus rein, weil da muss ich bauen. Brauche ich da noch irgendwas von der Worte? Das kann mit ins Haus. Das ist doch baumaträglich blöd. Und das kommt hier rein. Dankeschön. So. Vollkommene Platzverschwendung auberseits. Materialien. Zack, zack, zack. Die können wir unterwegs abbauen, wenn wir welche brauchen. Diamanten brauchen wir. Weder, naja egal. Kann alles bleiben, wo es jetzt gerade ist. Wisst, wisst mir nämlich. Wasch, das bauen wir da unten dann noch mit rein. Und da brauche ich hier. Tür zu. Ich gehe da wirklich auf Nummer sicher, weil. So, der Tag ist in der Mitte, aber unterbrechen können wir ja jederzeit. Ist also nicht unbedingt das Thema. Dankeschön. Dankeschön. Falls wir mal brauchen, wisst Bescheid. Alles hier. Wir kommen recht gut voran. Wenn wir jetzt mal Lava hätten, würde ich hier julen. Haben wir zwar nicht, aber... Können wir nie wissen, wie lange es noch dauert. Bis dahin. Los, seid ihr alle geteisbohnt? Wahnsinn. Habe ich mal ein Bild. Danke. Wo kommst du jetzt her? Wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich würde es gar nicht wissen. Aber ich lasse mal meinen automatischen Monsterspawner hier. Meinen XP-Farm. Ein paar Excellenze. Mach doch mal nicht so einen Lärm hier, Leute. Das ist ja fürchterlich. Habt ihr hier überhaupt gar keine Manieren, sage mal. Hi. Noch einer. Deshalb. Der ist ausgerechnet hier hinten, aber nicht. Und dessen Reichweite dürfte es auch nicht klären sein. Okay. 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 Das ist ein Bücherregal. Wow. Hallo. Das finde ich natürlich nicht schlecht. Ich brauche das Lornen mit Sicherheit nicht, aber... Das klingt nach Barbara. Ähm. Verbindungsraum war der hier. Machen wir ganz kurz den hier, weil... Einen Rucksack mehr oder weniger, ne? Haben oder nicht haben. Und ich will haben. Apropos, wo es mal an. Rucksack. Habe ich den hier oben liegen lassen oder was? Lösen sich Rucksäcke in Luft auf, neidings? Oder... Wie jetzt in einer Klatsche? Egal. Na jetzt. Jetzt machen wir jetzt nochmal pro Forma, weil... Schaueffekt, ne? Okay, hier können wir nichts schauen. Können wir wieder dicht machen. Okay. Ich komme gerade etwas blöd vor mir. Der Rucksack löst die Luft auf. Verlangen. Etwas zu niedrig, das Ganze. Ich kann so nicht arbeiten mit diesem Lärm. Was habt ihr gedacht, dass ich unschuldige Fledermäuse in Ruhe lasse? Habt ihr schon mal Fledermäuse gestreichelt? Ich habe das schon tausendmal gesagt, ne Leute. Oh, hi. Am besten ist, ihr schießt euch alle gegenseitig ab. Mach es tot, Askeleit, komm. Hör auf, hier zu glitschen. Und wo kommst du jetzt schon nachher? So, ach mal. Haben wir es jetzt, oder? Wie sieht es aus? Ist das ein Riesen-Netzwerk, genau. Ist ja geil. Ja, äh, die nachfolgenden Let's Plays verzögern sich um einige Stunden, weil ich ein Big Magenta-Backpack habe. Ich spät haben wir es. Oh, es wird langsam in der Nacht, ja, oder? So, war. Freundchen, ja, so nerven, ne? Einer Feige machen ist nicht. Kommt der jetzt ja eigentlich, damit ich mal wissen. Wer hätte gedacht, dass wir in dem Leben des Alex-Kid hier so eine lustige kleine... Oh, hi. Diamond-Lave, ne? Eins nach dem anderen. Fire Protection, Feather Falling. Damit kann ich leben. Das klingt nach Skelett. Nee, hier ist gar nichts, auch nicht schlecht. Ach, hier ist ja wie im siebten Himmel hier. Ich bräuchte noch ein paar Ziegelsteinen, Dings da, Munster. Wenn ihr davon noch ein paar hättet. Oder Lehm. Lehm nehme ich auch, Lehm ist gut. Kisten kann man stehen lassen, wo sie... Ja, jetzt reicht die mehr, aber echt mal. Kumpel, du hast mich jetzt ein bisschen zu oft gehauen. Irgendwann muss ich den Preis dafür zahlen, ne? Ist doch ganz klar. Was machst du denn hier? Reiß mit euch. Reiß hier. Nach hinten gefeuert wird hier, ne. Tschü. Ach, hier ist ja mal was los. Und hier ist der Mann Spawner, auch nicht schlecht. Der muss jetzt aber weg, jetzt reicht's. Also, ich brauche keine Monster vor dem Bauen, weil hier unten fackeln weg und gut ist. Macht doch mal nie so einen Stress, ich bin ja gleich bei euch. Meine Güte. Erstmal einen Raum nach dem anderen. Ach, ist ein Skelettsborn noch mal gewesen, hier unten, ne? Ja, Leute. Und rücken zur Wand, hinter mir die Monster überall. Hier ist was los. Ja, ich weiß, dass es um mich herum fliegt, die XP. Creeper brauche ich hier nicht. Creeper sind nicht willkommen. Problem gelöst. Der Typ macht die Türen noch, ich weiß es nicht. Ich brauche einen Bogen. Aber sowas von dringend. Ja, komm noch, komm noch, komm noch, komm noch, komm noch, hier ist die Türen, komm noch, komm noch. Gut. Ja, dann schaffe ich mir eben meine eigene Türen. Okay, jetzt hat er ja die Schneide fallen. Oh, reicht weg da. Die blockieren sich gegenseitig, da können sie gerne weitermachen mit. Ja, sie denken, ich wüsste, was die da machen gerade. Ist mir auch ziemlich egal, ich mache einfach den hier. Ach ja, und der Tag geht dem Neige zu Ende. Vielleicht sollte ich doch mal inzwischen was wegschaffen. Weil jetzt wird es langsam doch etwas übertrieben, das Ganze. Ach, noch ein Rucksack. Haha, ich werde hier rein. Und ich cheate noch nicht mal. Jetzt wisst er mal endlich, was ich meine. Was war das gerade im Türen? Oh, hi. Kumpels, ihr nervt. Hört auf damit. Lange Nachtsitzung hier. Ich muss auch mal irgendwann schlafen. Hört auf damit. Das nehme ich da mal mit. Das kann ja nie wissen. Steine da vorsitzen. Dankeschön. Was gab es hier? Futter? Ne, man selbstverständlich auch noch. Ich soll es aber hier in irgendeiner Truhe irgendwas lassen. Dann geht es in die andere Richtung weiter. Aber erstmal kloppe ich die jetzt hier zu brei. Weil das nervt. Gab es überhaupt noch jemanden? Ne. Aber es bildet nämlich noch nicht. Und dann gehe ich nach oben und gehe schlafen. Reicht mir jetzt. Wenn ich den Weg nochmal zurückfinde. Feine Nacht. Genug Spaß gehabt. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich da oben. Bei dem Versuch nach Hause zu kommen. Das wäre jetzt wirklich. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Lasst mich bitte. Keine Creeper. Keine Creeper. Keine Creeper. Ich will wirklich nur bis nach Hause kommen. Der Rest ist mir egal. Da ist doch schon ein Creeper. Das war schon der erste Creeper. Nein, ich geschlafen. Ich geschlafen. Ich geschlafen. Ich geschlafen. Es ist zu spät. Gute Nacht. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Das war schon. Bis zum nächsten Mal. Das war schon. Jesus. Ich weiß noch. Ich geschlafen. Ich geschlafen.